Wenn Menschen sich selber und gar nicht mal bewusst, sondern aus der Verantwortung reden, indem sie ihr Leben komplett als schicksalhaft ansehen, das ja eins zum anderen führen musste, weil dies oder das im Außen dazu geführt hat. Und das wird dann natürlich umso schwieriger, da wieder rauszufinden, wenn nicht ein Bewusstsein beginnt einzusetzen, zu sagen, okay, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich heute in der Situation bin. Herzlich Willkommen zu Deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, Deine Mentorin, Dein Medium, Deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze Dich auf dem Weg in Dein volles Potenzial, in dem Beruf, für den Du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf Dein Licht, Deine Sternstunde. Schön, dass Du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Hallo und herzlich Willkommen. Ich will heute mit Dir über Burnout reden und ich habe natürlich einen Gast bei mir. Das ist Armin. Wir machen den Podcast heute für Dich gemeinsam und zusammen. Und ja, herzlich Willkommen, Armin. Ja, danke für die Einladung. Ich will über Burnout reden. Und was ist, wenn Burnout nicht vom Arbeiten kommt? Was kommt Dir dazu? Wenn es nicht vom Arbeiten kommt? Ja. Ja gut, das hat jetzt in vielerlei Hinsicht sicher damit zu tun, dass man gegen innere Überzeugungen oder innere Widerstände angeht die ganze Zeit. Das heißt, dass man etwas tut, was einem eigentlich wirklich nicht liegt und das über einen längeren Zeitraum. Das heißt, dass man viel Energie dafür aufwenden muss, etwas zu tun, was man eigentlich gar nicht tun möchte. Ja, das heißt, also in meiner beruflichen Laufbahn habe ich mit vielen Menschen gearbeitet, die ein Burnout erlebt haben. Und irgendwie kam es immer, weil Stress auf der Arbeit war. Das heißt, dann fängt ein Burnout ja schon viel früher an. Ja, würde ich schon sagen. Das kann bei der, kann, also wenn wir ganz weit zurückgehen, ganz, ganz weit in der Schulzeit anfangen. Also welche Schule ist die richtige für das Kind zum Beispiel? Also dass man sagt, die Eltern möchten gerne, dass das Kind aufs Gymnasium gehen, damit das Kind studieren kann, ohne sich zu fragen, ist das wirklich das Beste für das Kind? Sondern eher zu sagen, auch da vielleicht einen gewissen Status zu erfüllen oder etwas nach außen scheinen zu lassen, was jetzt nicht unbedingt im Inneren, im Familienleben oder sogar für das Individuum, also für das entsprechende Kind relevant ist. Und so geht es dann weiter. Nach der Schule muss es ein Studium oder ein bestimmter Berufsweg sein, den man verfolgt. Auch da kann schon ein Gefühl von Stress oder Druck aufkommen, was dann auch, wenn man sich dem hingibt, auch zu Verschleißerscheinungen führen kann, auch im psychischen Sinne. Ja, das heißt, die Symptome werden dann vielleicht auch oft übersehen. Das denke ich wohl, ja. Ja, dass man so ständig über Grenzen geht, dass man ständig sich innerem Stress aussetzt und vor allen Dingen, dass der Druck auch ganz intensiv da ist. Das heißt, die Menschen befinden sich dann praktisch jenseits von dem, was Spaß macht und funktionieren über einen längeren Zeitraum. Ja, also das denke ich schon. Und ich bin mir sicher, dass ja viel davon sehr im Unbewusstsein stattfindet. Ja. Dass es also auch eine gewisse Normalität hat und dass es dann akzeptiert wird als Teil des Lebens. Das muss so sein, weil das war schon, in meiner Erinnerung war das schon immer so. Also ich habe viele Menschen auch erlebt, in erster Linie ist ja immer der Arbeitgeber erstmal schuld am Burnout. So habe ich das erlebt, oft bei Kunden. Was aber ja oft auch ganz übersehen wird, sind ja auch die privaten Themen, die mit reinkommen überhaupt in die Situation. Also wenn du private Probleme hast, du hast auf der Arbeit Probleme, du bist ständig unter Stress und Druck, du bist immer unzufrieden. Das sind ja auch alles Themen, die zu einem Burnout führen können. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr komplexes Feld, ein sehr komplexes Thema. Und ich kenne das auch so, dass man leicht geneigt ist, zuerst zu sagen, die Umstände auf der Arbeit haben dazu geführt, dass ich in die Situation oder in diese Diagnose reingekommen bin. Also in die, was man Burnout nennt. Aber da spielen, wie eben schon gesagt, da können weit zurückreichende Ursachen mit eine Rolle spielen. Es kann die Partnerwahl eine Rolle spielen, dass man immer rückblickend sagt, naja, dann habe ich ja ihn oder sie kennengelernt. Naja, dann haben wir ja Kinder gekriegt. Naja, dann haben wir also, wenn Menschen sich selber und gar nicht mal bewusst, sondern aus der Verantwortung reden, indem sie ihr Leben komplett als schicksalhaft ansehen, das ja eins zum anderen führen musste, weil dies oder das im Außen dazu geführt hat. Und das wird dann natürlich umso schwieriger, da wieder rauszufinden, wenn nicht ein Bewusstsein beginnt einzusetzen, zu sagen, okay, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich heute in der Situation bin. Oder auch das, es ist ja selten so, dass das Burnout von einem auf den anderen Tag kommt, sondern eher ein schleichender Prozess ist. Und irgendwann macht es sich bemerkbar von einem auf den anderen Tag. Genau, ganz genau, der sich auf jeden Fall über Monate bis Jahre eher aufgebaut hat, ja. Ja, also was würdest du den Menschen empfehlen? Es gibt ja Menschen, die ständig unzufrieden sind und ständig denken, sie müssen noch die Ausbildung, die Ausbildung und die Ausbildung machen. Das können ja auch schon mal Situationen sein, die zu einem Burnout führen. Und wenn du ständig unzufrieden bist und immer denkst, du musst noch mehr erreichen, noch mehr machen und noch mehr machen, was würdest du da empfehlen? Auch da kommt es wieder darauf an, was für eine Persönlichkeit hat man vor sich sitzen. Wir beiden arbeiten ja viel mit Menschen, jeden Tag mit Menschen. Und wir wissen, dass es, wenn man aus astrologischer Sicht mit da reinschaut, dass es Konstellationen gibt und Menschen gibt, die brauchen das für sich. Die brauchen für sich den Anreiz, dass es immer noch was gibt und noch was Neues dazuzulernen gibt. Wenn sich jemand anders dadurch unter Druck gesetzt fühlt, weil jemand anders für sich die Konstellation hat, kann das dazu führen, dass jemand mehr tut als ihm oder ihr selber gut tut. Und dass das dann auf jeden Fall mittel- bis langfristig in eine Situation führen kann, wo der Druck so stark zunimmt und vielleicht auch der Erfolg ausbleibt, weil es gar nicht einem selber entspricht, dass dann dementsprechend der Druck über einen längeren Zeitraum zu den Symptomen führen kann, die man als Burnout bezeichnet. Das heißt, du sprichst an, dass es auch gut ist, mal abzuklären, ob das Leben mit dem eigenen Lebensrhythmus einmal übereinstimmt. Auf jeden Fall, ja. Und ob es mit den eigenen Qualitäten, Gaben, Talenten und Potenzialen übereinstimmt. Auch 100 Prozent richtig, ja. Ja, also was ich auch finde, wenn du ein Burnout hast, du fühlst das oder du hast vielleicht Sorge, in ein Burnout reinzugehen, dann schau einfach immer, wo gehst du ständig über deine Grenze hinaus, wo machst du oft Dinge, die du eigentlich gar nicht machen willst, aber du machst sie, weil du vielleicht irgendjemand im Außen zufriedenstellen willst. Wenn du Körpersymptome hast, ich finde, es gehört immer ein Arzt dazu auch, dass du schauen kannst, erst mal ganz einfach, sind deine Blutwerte überhaupt in Ordnung? Gibt es was, was dir fehlt? Sind das vielleicht Vitamine oder andere Dinge, dass du einfach da schon mal dich wieder auffüllen kannst. Aber begib dich da in ärztliche Hände und nimm nicht einfach irgendwas ein, sondern ja, da gibt es ja auch schon mal ein zu viel oder das Falsche, was du einnehmen kannst. Hier gehören auch Fachhände dazu. Wenn es darum geht, dass du dich kennenlernen willst, wie belastbar bist du und wie gehst du mit deinen Kräften um, beinhaltet das ja auch, dass du dich selber erst mal kennenlernst in allen Anteilen. Und Armin, hast du da eine Empfehlung, was man da machen kann oder was gut hilft? Auf jeden Fall. Auch da kann ich nur sagen, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit den eigenen Fähigkeiten, mit den eigenen positiven Anlagen, die man hat oder mit den Talenten und Potenzialen, die man hat. Das heißt, wenn du Kinder hast, dann macht das auf jeden Fall Sinn, früh zu schauen. Und es geht nicht darum, in jedem Kind ein hochbegabtes Kind zu sehen, genauso wie nicht in jedem Erwachsenen einen hochbegabten Erwachsenen zu sehen. Aber jeder Mensch, jeder Mensch hat Qualitäten in sich. Und je früher er oder sie erkennt, welche Qualitäten das sind, umso gezielter kann man diese Qualitäten fördern, was dann bei Kindern zu zufriedeneren Kindern führen, weil sie mehr Erfolgserlebnisse haben und bei Erwachsenen das Gleiche hat. Und das kann ja sein, dass es erstmal schrittweise als Hobby oder als Nebenbeschäftigung eine Tätigkeit gibt, die dich mehr erfüllt als das, was du beruflich vielleicht schon seit mehreren Jahren machst. Und dass du dann schrittweise dem mehr und mehr Zeit widmest. Was kann man dafür tun? Also wir in unserem Bereich von Herzkanal, wir bieten ja Potenzialarbeit an. Das kann die systemische Arbeit sein, die du, Alexandra, anbietest, um Ordnung ins System zu bringen. Es kann von meiner Seite eine Potenzialanalyse sein, Lebenskompass, Potenzialanalyse, um eine gute Ausrichtung, eine gute Grundlage, eine Art Landkarte fürs Leben zu haben und zu verstehen, wie ticke ich eigentlich, um dann zu sagen, okay, auf dieser Grundlage zu verstehen, wie du tickst, kannst du auch weitergehend deine Entscheidung ausrichten. Und das kann also ein Game Changer im Leben werden. Das kann wirklich das ganze Leben nicht nur auf den Kopf stellen, sondern ganz neu ausrichten. Und es kann auch dazu führen, dass du mehr und mehr in die Zufriedenheit kommst, in den Zustand inneren Friedens mit dir, dass sich das positiv auf deine Beziehungsfähigkeit auswirkt, positiv auf deine Elternschaft auswirkt, positiv auf deine Arbeitskraft auswirkt. Also das heißt, je mehr du, je früher und je intensiver du anfängst, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, umso größer sind für dich die Erfolgsaussichten, ein zufriedenes Leben zu leben. Du hast jetzt viel über, du hast auch gesagt, klar, man kann Potenzialanalysen für Kinder auch machen, die möchte ich aber jetzt ein bisschen außen vor lassen, weil gerade im Moment sind ja viele Erwachsene, die auch auf ein Burnout zugehen oder ein Burnout erleiden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das so sagt und ausdrückt. Und da möchte ich einfach auch so ein paar Tipps und Ratschläge geben. Was kann man denn im Alltag machen, um wirklich, wenn du unter Druck stehst, wenn du unter Stress stehst, vorzeitig auch zu gucken, hey, wie kannst du dir Pausen nehmen? Was kannst du machen? Hast du da für die Erwachsenenwelt einen Tipp gerade zur Hand? Da hast du ja schon was gesagt, also regelmäßige Pausen zu machen, für Ausgleich zu sorgen. Das heißt also, wo Belastung stattfindet, für Entlastung zu sorgen. Das kennen alle Menschen, die Sport machen, dass halt du nicht immer weiter draufsetzen kannst oder immer noch eine Scheibe drauflegen kannst, sondern irgendwann der Muskel zumacht. Und so ist es ja auch dann mit dem Körper oder mit dem psychischen System, das dann irgendwann zumacht. Von daher ist das mit den regelmäßigen Pausen wichtig, einen Ausgleich zu finden für dich. Und das kann für manche Sport sein, das kann für manche sein, mal Ruhepausen für dich selber zu haben und dich mit etwas ganz anderem zu beschäftigen, was du gerne machst, mit Menschen dich zu treffen, die dir gut tun und die vielleicht nichts mit deiner Arbeitssituation oder mit dem Auslöser für deine Situation zu tun haben, um dann auch vielleicht in Gruppen, in Seminare zu gehen oder Individualangebote anzunehmen, die dich darin unterstützen, zu erkennen, was eigentlich mit dir los ist. Und definitiv, was du gesagt hast, eben sobald es nötig ist, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also würdest du auch sagen, dass viele Menschen auch vergessen haben zu regenerieren, da so ein bisschen zur eigenen Regeneration den Bezug verloren haben? Ja, entweder vergessen haben oder niemals gelernt haben, wie das funktioniert. Das kann ja auch schon sein, dass das von klein auf an so antrainiert ist, dass es eigentlich gar nicht wirklich mal Ruhe gibt, sondern dass immer irgendwie Beschallung drumherum läuft, also immer Fernsehradio oder irgendwas im Internet läuft. Dass also Menschen, ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, viele Menschen noch gar nicht gelernt haben, wie es ist, zur Ruhe zu kommen. Okay. Und da gibt es ja bestimmt auch bestimmte Konstellationen. Der eine braucht das, der andere braucht das. Auf jeden Fall. Wiederum, der andere braucht das. Wie siehst du das, wenn Privat und Arbeit nicht mehr getrennt werden kann? Also wenn es nicht mehr gesteuert werden kann? Meinst du, das trägt auch dazu bei, dass es da zu Druck und Stress führen kann? Du meinst jetzt, wenn jemand das, was er oder sie auf der Arbeit erlebt, mit in die Beziehung bringt? Meinst du das damit oder dass das dann vermengt ist miteinander, dass man sagt, man arbeitet und lebt zusammen? Ja, weil es ist zweierlei. Also es kann ja, wenn man gemeinsam arbeitet, kann die gemeinsame Situation dazu führen, dass jemand auch sich überlastet fühlt, weil auch vielleicht einer oder beide Anteile oder beide Partner nicht bei sich selber hingeschaut haben. Und so wie wir vorhin gesagt haben, das dann auf den Arbeitgeber abwälzen, kann das in der Partnerschaft leicht sein, dass man dem Partner, der Partnerin das zuschiebt, zu sagen, er oder sie ist Auslöser dafür, dass es mir nicht gut geht. Von daher kann das da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und in dem anderen Bereich, wenn ich auf der Arbeit eine Situation habe, die mich so sehr unter Druck oder Stress setzt und ich das nicht abschalten kann, also keine Möglichkeit habe, auf dem Nachhauseweg oder im Feierabend das loszulassen, weil es mich so sehr beschäftigt, dann wirkt sich das auch sicher auf die Partnerschaft, auf die Beziehung, auf die Familie aus. Wie siehst du, meinst du, Gewohnheiten können einen in ein Burnout treiben? Auf jeden Fall. Also deine ganz persönliche Meinung dazu? Definitiv ja. Es gibt ja Burnout und Boredout. Also es gibt ja genauso die Symptome, wenn du dauerhaft über lange Zeit immer die monotone gleiche Tätigkeit machst und dass du dann vor Langeweile in einen Stress kommst, weil du keine Freude mehr empfindest, kann das die gleichen Symptome haben, wie jemand, der meint, er ist ausgepowert oder der ausgepowert ist und eine Burnout-Diagnose bekommt. Also daher ist das beides relativ nah beieinander und daher können Gewohnheiten aus Langeweile in eine Situation führen, aus Monotonie. und es kann auch zu Gewohnheiten führen, dass Menschen eben nicht erkennen, wann wäre es mal an der Zeit, eine Pause zu machen. Also aus der Gewohnheit heraus, als Managerin, als Manager, musst du 60 Stunden in der Woche knüppeln und arbeiten und es steht einem nicht zu, weil dies und das immer noch wieder irgendwas gefunden wird, wo man sagt, wenn ich das noch erreicht habe, dann mache ich vielleicht mal Pause, aber bis dahin sind schon drei bis zehn neue Sachen auf der To-Do-Liste. Dass man in so einer Gewohnheit auch drin sein kann, in diesem ewigen Rad von machen, machen, machen und sich selber dabei ein Stück weit aus den Augen zu verlieren. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, die ein Burnout haben oder hatten, dass die da hinkommen, dass die ihr Verhalten einfach total verändern werden, weil sie gemerkt haben, dass der Umgang mit der eigenen Kraft nicht ganz so okay war. Das heißt, wenn du ständig über deine Grenze gehst, du hast auch angesprochen, wenn es einfach keinen Spaß macht, was man tut. Ich glaube, was auch noch ein großer Faktor ist, ich glaube, das kennen wir alle, wir haben ja alle so ein Arsch-Ich in uns, irgendwo weiß das Arsch-Ich, ich müsste jetzt Pause machen, aber dann gibt es noch diesen Gedanken, naja, einmal geht noch, einmal schaffe ich das noch. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die du einfach beachten kannst, damit du immer guckst, dass du in deiner Kraft bist. Meines Erachtens geht das, also Persönlichkeitsentwicklung sowieso wird immer wichtiger, weil die Menschen sich kennenlernen dürfen. Also die Arbeit an sich selber wird immer wichtiger, gerade jetzt in der, ich würde mal sagen, in einer so veränderten Zeit, in der wir gerade leben. Alles ändert sich, alles ist nicht mehr wie vorher. Das macht vielen Menschen ja auch schon sehr viel Stress und Druck. Also die Notwendigkeit an sich zu arbeiten, die sehe ich für sehr wichtig und sinnvoll. Und auch Menschen haben ja auch da so eine Aufschieberitis, dass sie denken, sie müssen nicht an sich arbeiten, naja, weil das wird schon gut gehen bei mir. Hast du da auch einen Gedanken zu oder? Auf jeden Fall gibt es das auch. Also dieses sich ausruhen in einer falschen Annahme, das ist schon nicht, das auszusitzen, ohne selber was dazu zu tun, dass es auch irgendwann so viel Druck aufbauen kann, dass man gezwungen wird, zu reagieren auf das, was man vorher verpasst hat, aktiv zu tun und daraus dann auch in so eine Situation kommt, was dann in den inneren Verschleiß führt, weil man dann gegen noch viel stärkere Widerstände angehen muss. Und was du vorher auch gesagt hattest, da war ich auch eben gerade gedanklich noch drin, in einem beruflichen Umfeld, genauso wie im privaten Umfeld, gibt es ja auch immer den gesellschaftlichen Druck von außen. Das heißt, manche Menschen sind auf sich allein zurückgeworfen und müssen mit der Situation alleine klarkommen, was sie sehr stresst. Andere sind durch ihr soziales Umfeld, also auf der Arbeit, vielleicht durch Kollegen auf der gleichen Hierarchieebene oder durch die Situation von einer Hierarchieebene darüber unter Druck gesetzt und müssen funktionieren, weil die anderen ja schließlich auch funktionieren. Also das heißt, dass man sich auch aus einem sozialen Druck heraus, wenn man meint, ich müsste jetzt Pause machen oder ich müsste jetzt Urlaub machen, aber dann reicht es häufig schon die Bemerkung, meinst du wirklich, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um frei zu machen, dass das so viel auslöst. Und das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Das wollte ich gerade fragen, ist dir das bekannt? Absolut. Aus früheren Zeiten. Definitiv. Nicht, dass es immer Phasen oder Saisons gab oder Phasen im Jahr gab, wo man definitiv nicht in den Urlaub gehen durfte, was natürlich öffentlich nie so gesagt worden ist, aber wo ein Urlaubsantrag einfach nicht, keine Aussicht auf Erfolg hatte und sich das dann fortspult, dass du im Endeffekt nur wirklich ganz wenige Wochen im Jahr hast in einer großen Arbeitssituation, in einer Konzernsituation vielleicht, wo du sagst, da wäre es vertretbar, in der oder der Funktion oder Position in Urlaub zu gehen, wenn denn gesichert ist, dass deine Backups, also die Leute, die dich dann vertreten, optimal instruiert sind. Und die haben ja alle auch selber noch ihren eigenen Arbeitsbereich. Also das kenne ich durchaus sehr gut, den Druck, den es da gibt, diesen sozialen Druck, den man sich selber macht, der aber auch ein Stück weit gemacht wird von außen, ohne dass es genau besprochen wird oder genau angesprochen wird, dass aber doch immer irgendwas mitschwingt und die eigene Entscheidungsfindung immer ein Stück weit infrage stellt, dass man also eher unsicherer wird und eher sich selber hinten anstellt bei der Freizeitplanung oder bei der Urlaubsplanung. Und das kann definitiv auch zu einem Teufelskreis führen, der sich im Laufe der Zeit, vielleicht der Monate, vielleicht der Jahre rächen wird, dass man dann irgendwann definitiv nicht mehr kann. Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach wichtig, zu reflektieren, und was hat genau dazu geführt, dass es so ist, die Situation, wo hat man sich selber aus den Augen verloren? Und viele Menschen habe ich kennengelernt, die dann den Job wechseln, die Reflexion bleibt aus und im nächsten Job kommt dann auch wieder ein Burnout, weil einfach nicht reflektiert wurde und die Sicht auf sich selber einfach so ausbleibt. Deshalb finde ich Persönlichkeitsentwicklung auch so gut zu gucken, wie bin ich, wie kann ich meine Kraft einsetzen, was entzieht mir die Kraft, mit welchen Menschen umgebe ich mich und wie kann ich einfach ganz achtsam und liebevoll mit mir umgehen und auch mit anderen Menschen umgehen, weil es muss ja nicht immer so ein Cut sein. Also Kommunikation und Reden hilft ja auch manchmal ganz gut und ich glaube, dass es den Arbeitgebern ja vielleicht auch, wenn zeitig was angesprochen wird, vielleicht dem einen oder anderen Arbeitgeber, der offen dafür ist, auch eine Hilfestellung ist, anders zu handeln oder darauf acht zu geben und nicht 160 oder 180 Stunden im Monat an Arbeit verbracht werden, weil so viel zu regeln ist und weil so viel zu machen ist, weil irgendwann ist die Kraft auch mal zu Ende. Ja, also auch da kann ich nur sagen, sehe ich genauso, dass es ein sehr wertvolles, wenn nicht sogar essentielles Tool ist, zu sagen, Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitsarbeit zu machen und auch das haben wir ja aus Erfahrung, auch in unserer gemeinsamen Tätigkeit, es ist nicht damit getan, ein Bespaßungsseminar für die Mitarbeiter zu buchen, in der Annahme, man hat ihnen dann etwas Gutes getan, wenn nicht tatsächlich auch die Geschäftsleitung, die Unternehmer, Unternehmerinnen, also die Köpfe, die wirklich etwas zu entscheiden haben und verändern können, dazu beitragen, dass es eine Kultur gibt, in der wirklich jeder Mitarbeitende gesehen wird und wo es auch eine Kultur gibt, wenn ein Mitarbeitender etwas hat, dass es dann auch gehört werden will. Und nicht, dass man nur Positives sagen darf, aber das, was einen bedrückt. Stimmt, wenn nur Seminare gegeben werden, damit alles zum Wohle der Arbeit erfüllt wird, dann kann der Schuss ja auch schon mal nach hinten losgehen, was ja leider viele große Firmen, da ist ja keine Einsicht in der Form da, was kann man denn wirklich tun für Mitarbeiter, damit es Mitarbeitern wirklich gut geht. Denn auch wenn man da darauf achten würde, welcher Mitarbeiter ist an welcher Position richtig aufgehoben, damit er sein volles Potenzial ausleben kann und damit die Arbeit, auf der man ja nun auch mal viel Zeit verbringt, Spaß macht, würde es ja auch ganz anders aussehen. Ich glaube auch, dieses höher, schneller, weiter, immer mehr und immer mehr haben wollen, das kann auch zu einem Burnout führen, wenn man verschiedene Aspekte außer Acht lässt. Genau. Also Firmen wollen immer größer werden, wollen immer schneller wachsen. Also wer neu am Markt ist, strebt danach, möglichst schnell vielleicht Investoren zu finden als Startup oder sogar an die Börse zu kommen, das heißt als Aktiengesellschaft. Nur wenn du Geldgeber hast, dann entsteht ein gewisser Druck, dass du Dividende, das heißt, dass du profitabel arbeiten musst und den Anteilseignern nicht nur ihr Geld zurückzahlst, sondern auch Prozente draufzahlst, was auch zu einem enormen Druck führen kann, was dich dann wieder zwingt, noch mehr Leute mit ins Boot zu nehmen, die ihr Geld geben, um auch was raushaben zu wollen, was deine Entscheidungskraft schmälert, weil je mehr du dich dem Druck aussetzt, dass andere von außen mitreden können, die eigentlich nur ein Interesse daran haben, möglichst schnell, möglichst viel Geld aus dem System von dir rauszuziehen, dann verlierst du relativ schnell den Boden unter den Füßen und verlierst auch häufig deine Identität, das heißt deine DNA, die dich ursprünglich mal dazu bewegt hat, zu sagen, ich will Unternehmer oder Unternehmerin sein, ich habe eine Geschäftsidee, die tragfähig ist und mein Ziel ist auch etwas Sinnvolles zu tun. Der Sinn des Ganzen kann schnell entfließen aus dem System, wenn du zu schnell zu viele Leute von außen dazu nimmst und darauf angewiesen bist, dass sie dir wohlwollend gegenüber ihr Geld zur Verfügung stellen für einen gewissen Zeitraum. Also es ist wichtig, das hattest du eben auch gesagt, zu prüfen, wer sind die richtigen Menschen, mit denen ich mich umgebe? Sind die wirklich im gleichen Fahrwasser wie ich oder bauen die an verschiedenen Stellen Schleusen ein, wo ich keine Schleusen brauchen würde oder geben die Schub von hinten, wo ich noch gar nicht so weit bin also noch schneller Gas zu geben oder noch schneller nach vorne zu kommen, wo ich eher Zeit zur Besinnung bräuchte, um mich gegebenenfalls neu aufzustellen, neu auszurichten und sicher auch zu gucken. Der Punkt eben, den fand ich auch super wichtig, zu schauen, habe ich die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort, tun sie die richtigen Dinge und wissen noch, warum was sie tun das Richtige ist und haben noch Spaß dabei. Das ist das Potenzial, was in einem sehr großen Anteil der Firmen sicher brach liegt, wo es aber auch mittlerweile schon viele Lichtblicke gibt, das heißt also viele Unternehmen gibt am Markt, die New Work betreiben oder New Economy, also das heißt, die mehr den Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Unternehmung stellen und nicht den schnellen Erfolg an erster Stelle, sondern das darf dann Hand in Hand gehen, dass der Erfolg kommt, weil die Mitarbeitenden zufrieden sind bei dem, was sie tun. Das war jetzt ganz, ganz viel. Mir sind zwischenzeitlich auch ganz viele Impulse so durchgeflossen. Ich habe es jetzt leider gar nicht mitgeschrieben. Das, was mir aber dazu kommt, ist, ich finde, es muss nicht immer so kommen, dass es eine Auszeit braucht, dass es eine Krankmeldung braucht, dass es einen Ausfall von ein, zwei Jahren braucht, wenn man einfach weit vorher mal schaut und prüft, was kann ich arbeiten, wie kann ich arbeiten, was macht mir Spaß, wie ticke ich, wie kann ich Grenzen liebevoll setzen, macht mir der Job überhaupt Spaß? Also wenn ich dafür sorge, dass ich aus Druck rauskomme, aus Stress rauskomme und vor allen Dingen, wenn man auch lernt, wie kann ich gut abschalten, sei es Sport nach der Arbeit, meditieren, das sind ja alles Dinge, die dazu beitragen, dass es dir besser geht, wenn eigene Entscheidungen nicht immer vorgeschoben werden. Also oft ist es ja auch so, dass man eine Entscheidung längst getroffen hat, egal jetzt in welchem Bereich, sei es privat oder beruflich und du schiebst diese Entscheidung ellenlang, weil du Angst hast, weil du musst ja versorgt sein. Also all die Dinge treiben dich ja auch in eine Situation rein, die Stress und Druck machen. Das heißt, es ist wichtig beim Burnout immer zu gucken, was ist die Ursache, was sind deine inneren Einflüsse, nutzt du deine Energie, wie nutzt du deine Energie und vor allen Dingen, finde ich auch wichtig zu überprüfen, ist die Lebenssituation, in der ich gerade bin, erfüllt oder unerfüllt. und das fand ich wichtig, mal alles an- und ausgesprochen zu haben für dich, dass es immer einfach gesagt ist, ein Burnout kommt, weil ich zu viel arbeite. Oft fängt es viel, viel vorher an, weil du dich außer Acht gelassen hast und vor allen Dingen, wenn du einen Burnout hast, dann braucht es einfach Zeit, Zeit für Heilung und egal welchen Weg der Heilung du wählst, achte auf dich, schau, was tut dir gut und vor allen Dingen schau auch, welche Menschen in deinem Umfeld tun dir gut und vor allen Dingen öffne dein Herz für die universelle Liebe und lerne wieder zu lieben. Einmal dich selbst, einmal dein Umfeld und ja, alles um dich herum. Auch dem kann ich nur beipflichten und das haben wir gesagt, glaube ich, im Laufe des Gesprächs hier, je früher du beginnst, auf dich selber zu schauen und je früher du beginnst, dich zu orientieren, wer oder was dir helfen kann, aus deiner Situation herauszukommen, umso früher besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass du gar nicht in die Situation gerätst, dass du irgendwann die Diagnose erhältst, sondern das möglichst umschiffen kannst und zwar mit viel Zufriedenheit, mit viel Freude am Leben, mit der Kraft, die du aus dem schöpfen kannst, was du jeden Tag tust und wenn du in der Situation schon drin bist, auch da gab es schon Ratschläge, es ist natürlich wichtig, Fachpersonal aufzusuchen, das heißt also in ärztliche Behandlung zu gehen oder da jemanden zu suchen, der dich unterstützen kann und begleitend dazu dann auch zu schauen, ob und was du tun kannst, um an deinem Bewusstsein und an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und wer oder was da für dich das richtige Hilfsangebot sein kann. Ja und wenn du Begleitung suchst in deinem Bewusstsein, dann ist vielleicht die Herzkanal About Me Academy etwas für dich, wo du auch lernst, ja wieder in Verbindung mit dir zu kommen, wo du lernst auch auf dich zu schauen, wie du lernst auch, ja dass du Energien für dich nutzen kannst und den Link findest du in den Show Notes und wir freuen uns, wenn wir dich auf deinem Weg unterstützen können. Ja, hier waren viele Ansätze jetzt aus ganz, ganz vielen Richtungen und ich wünsche mir, dass du ein bisschen reflektieren kannst über dich in dir, was du tun und was du verändern kannst, bevor du in etwas reinschlitterst, was einfach ein bisschen länger dauert, als dir lieb ist. Ja, wenn du jetzt den Podcast hörst und du hast einen Burnout, wünschen wir dir alles Liebe und ein großes Augenmerk auf dich und dein Herz und wir freuen uns, wenn du auf dich Acht gibst. Lass uns gemeinsam strahlen. Ja, hier war Alexandra und Armin, Dankeschön. Tschüss. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten, dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Vielen Dank, Vielen Dank.